Christus, Hattus, Ex-Ponor Side-Director, wenn ich die Treppen runtergehe, wo komm ich nach Mittelerde? Was? Ja, Mittelerde, zu den Orks. Mittelerde zu den Orks? Ich würd sagen weniger kiffen und nach unten gehen. Ja. Nein, runter mit dir. Jetzt. Sonst beißt er unter den Arsch weg. Ganz, 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 ganz dolle. Soll ich einfach kurz den Drucker zerstören, damit du mehr Platz hast? Also es waren drei, aber ich weiß nicht, ob der... Ja, aber warum bist du so sauer? Ob der Ding sonst mit ihm zusammen macht oder einfach nur der grüne Typ kommt. Wo sind die? Perfekt, Decker. Dann kannst du ein bisschen Geld drucken. Die bieten jetzt wegen denen von 14 Vitalpunkten auf 10 runter. Auf wie viele? Christoph. Zwei scheiß Vitalpunkte wegen dir. Ja. Willst du deinen Druck hören? Ja, du hast mir Schaden gemacht, das war ein Angriff. Du läufst jetzt los und holst den Defibrillator. Ja. Danke für mich. Okay, Frieden, Bro. Okay, dann hören wir weiter auf zu schießen. Frieden, Bro. Du auch? Spitze nicht. Okay. Nein. Nein. Wenn du ihn angeschossen hast und er dich dann angeschossen hat, dann kann man da nichts machen. Das ist dann legitim. Wir müssen ne neun. Danke, Jo. Nächstes Mal schließ ich dich. Unlucky, Unlucky. Niemand, wirklich niemand, wer war das doch mal? Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir das schaffen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum so aggressiv großer? Nee, Alter. Gib ihm einfach ne Letale. Warum so aggressiv? Oh mein Gott. Nein. Kann es sein, dass es ein zweiter Account ist? Nee. Ich bin neu hier. Ich bin neu hier? Okay. Ich bin neu. Okay, dann return ich dich erst und... Jo. Nochmal bitte? Nämlich... Wahrscheinlich... Ich return dich dann, ja? Wahrscheinlich ein Fehler. Ich erklär das dann einmal kurz ab. Sieht sich dann. Die Scheißwand oder ich felset dir deinen Scheißausch weg! Junos, du musst die Tanser. Ich hab keine Ahnung. Habt ihr eigentlich schon alles durchsucht oder was habt ihr denn an dieser Scheißwand? Geh eigentlich, wir waren zu Tanser richtig. Ja, aber hör drauf zu schreien. Oh mein Gott. Stefan, schau. So, ihr haltet jetzt... Dann hast du Pech! Ja, Stefan. So, nein, das ist für uns weg jetzt. Es reicht dir allein, Junos. Ich und spröhnlich soll an dieser Wand stehen. Ja, beruh dich Stefan. An dieser Scheißwand! Ja, beruh dich Stefan. Da hinten läuft einer rum. Da oben in der Zelle ist noch einer. Hab da oben einen in der Zelle gesehen. Ja, den hat Stefan mit seiner Korruption da rausgeholt. Stefan ist korrupt. confronting. Schwarz zur Seite. Wie solltet eigentlich alle im Bunker gehen? Hallo, ihr habt's wünsch. Ihr zur Seite. Ich bin ja im Bunker. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. War was ich so laut? Warte mal. Warten, Mann. Ich glaub nicht. Ihr seid ja nicht. Geh jetzt sofort raus. Ja, aber ist gut. Gehen Sie raus. Alles gut. da gibt es ein tser es ist ja voll einfach aber sofort weg jetzt bin ich ich finde es da oben knallt da oben knallt warum hast du meine mutter beleidigt warum hast du meine mutter beleidigt ganz ehrlich warum beleidest du warum beleidest du ja was soll das was soll das ich wollte es eigentlich machen aber habt ihr doch der linke die leid das war ich nicht das war ich nicht die leid hat dein kollegen gekillt beide hin doch beide hin doch oder ist er tot